Ja, und hier sind wir wieder bei NewDo und wir freuen uns, ankündigen zu dürfen. Unser nächster Gast ist Skellecy und wenn jetzt vielleicht ein paar Leute sagen, wer ist Skellecy, hier einmal die Verlinkung zu seinem aktuellen Musikvideo einmal anschauen und wir und auch sicherlich Skellecy selber würden uns sehr freuen über Fragen, die ihr stellt. Schaut euch das Musikvideo an, vielleicht habt ihr irgendwelche Fragen dazu oder googelt einfach mal den Namen Skellecy und dann bin ich gespannt und besonders, glaube ich, auch eher wasfürfragen.com und dann abonniert hier oben, um dann das Interview nicht zu verpassen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Bis dahin, noch einen schönen Tag, bis dann und tschüss.